Warum kann man eigentlich durch Performance Recruiting in der Regel schneller, einfacher und auch günstiger passende Kandidaten für offene Stellen bei euch in der Firma kennenlernen? Und wie sieht das in der Praxis genau aus? Das habe ich hier in einem kurzen Interview fünf Fragen nochmal genau erklärt und dementsprechend werdet ihr hier aus dieser Folge auch einiges mitnehmen können, das ihr dann sofort für euch anwenden könnt. Ich habe eine Einladung zum Interview bekommen und zwar zu einem Interview in der Bildungspraxis Zeitschrift, Bildungspraxis Didakta Magazin für berufliche Bildung und das Ganze kommt über HR Rocks. Also das Ganze ist eine Konferenz, Fachkongress für Ausbildung, Leitung, Recruiting, Entwicklung, welche am 7. bis 9. November 2022 in Düsseldorf stattfindet und da werde ich auch als Speaker auf der Bühne stehen. Und da werde ich einen Vortrag, einen Praxisvortrag über das Thema Performance Recruiting halten. Dementsprechend vielen Dank HR Rocks, dass ihr mit mir hier gemeinsam sozusagen dieses Interview in der Bildungspraxis klar gemacht habt und dass ihr mich da gerne interviewen möchtet. Und ja, dementsprechend lasst uns jetzt hier einfach mal eure Fragen gemeinsam durchgehen und dann schauen wir mal, was wir da für coole Antworten hier parat haben, wo natürlich im Optimalfall die Leser dann nachher auch direkt etwas draus mitnehmen können. Also Frage 1. Herr Assauer, als Mitgründer der Plattform Talentmagnet Performance Recruiting sind Sie Experte in dem Bereich Performance Recruiting. Wie würden Sie diese Form des Recruitings in eigenen Worten beschreiben? Ja, Performance Recruiting. Einfach ausgedrückt, Performance Recruiting nutzt Methoden aus dem Online-Marketing, welche dort schon seit vielen, vielen, vielen Jahren angewandt werden, vor allen Dingen um Kunden zu gewinnen. Wir nutzen Sie beim Performance Recruiting allerdings dafür, Bewerber zu gewinnen. Also auch wiederum Interessenten zu gewinnen, nur eben für eine offene Position, einen offenen Job, den wir in der Firma haben. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Was für die Kundenakquise funktioniert, funktioniert auch für die Bewerberakquise und führt am Ende dazu, dass Unternehmen damit ihre Stellen in der Regel deutlich schneller, einfacher und auch günstiger besetzen können, als man es zum Beispiel von herkömmlichen, traditionellen Recruiting-Methoden so kennt. Das funktioniert in der Regel in so einem dreistufigen Prozess. Erstmal über Werbung in verschiedenen Social-Media-Plattformen werden die richtigen Leute erstmal aufmerksam gemacht auf die Stelle. Im zweiten Schritt bewerben sie sich dann leicht spielerisch in so einem kleinen, mobilen Bewerberquiz auf ihrem Handy. Und im dritten Schritt findet dann auch wirklich das erste persönliche Gespräch sehr, sehr, sehr schnell statt. Also es kann sein, dass man eine Performance Recruiting-Kampagne jetzt einschaltet und schon in drei Tagen viele gute Bewerber hat, mit denen man dann auch direkt sprechen kann. Das Schöne ist eben beim Performance Recruiting, dass wir vor allen Dingen auch passive Bewerber gewinnen können. Also solche, die nicht aktiv nach einem neuen Job suchen gerade und deshalb auf den einschlägigen Jobplattformen sich rumtreiben und dort unseren Job finden. Nein, wie hier können wir auch passive Bewerber, Kandidaten vom passiven Bewerbermarkt ansprechen. Und das ist natürlich super, weil das häufig die besten Leute sind, genau die, die wir haben wollen. Denn die besten Leute sind nun mal nicht arbeitslos und die besten Leute suchen nun mal nicht aktiv nach einem neuen Job. Nächste Frage. Sie waren in der Gründung einiger Start-ups beteiligt. Hier hat man natürlich eine andere Basis für das Recruiting als zum Beispiel in einem seit Jahren etablierten Unternehmen. Ist Performance Recruiting auch für diese kleinen Unternehmen möglich oder liegt der Fokus auf Großunternehmen? Also, ich glaube, als kleines mittelständisches Unternehmen, welches es schon lange gibt und was vielleicht auch ein Traditionsunternehmen ist, hat man sehr, sehr, sehr gute Chancen, auch richtig gute Leute zu gewinnen. Das zeigt sich jetzt ja auch gerade in der aktuellen Zeit. Viele der Technologie-Start-ups haben jetzt wirklich gerade zu kämpfen, müssen Leute entlassen, sind gar nicht mehr so super attraktiv für viele Arbeitnehmer, sondern ein etabliertes Unternehmen, vielleicht ein Hidden Champion, ein Mittelständler, das hat auch eine ganz besondere Wirkung weiterhin auf die guten Leute. Natürlich müssen die Unternehmen gucken, dass sie intern moderne Prozesse, moderne Methoden, vielleicht auch agile Methoden anwenden. Und genauso ist es auch im Recruiting. Also gerade für kleine, mittlere Unternehmen, etablierte Unternehmen, bietet Performance Recruiting halt eine super, super, super Möglichkeit, gute Leute überhaupt auch erstmal für sich aufmerksam zu machen. Denn häufig ist es ja so, dass diese Unternehmen auch gar nicht so richtig sichtbar sind. Deshalb halt ja auch Hidden Champions und eigentlich sollen sie gar nicht Hidden sein, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt, sondern Performance Recruiting ist eigentlich der perfekte Weg, um die richtigen Leute aufmerksam auf das Unternehmen zu machen, welches vielleicht ein Hidden Champion ist und dann auch die Leute schnell für sich zu gewinnen, schnell zu einer Bewerbung zu motivieren und dann auch schnell mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also hier bei Talentmagnet haben wir eigentlich, ja, ich würde sagen, zumindest 80% solcher kleiner, mittlerer Unternehmen, etablierter Unternehmen, die Performance Recruiting erfolgreich nutzen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass Performance Recruiting für solche Unternehmen sehr, sehr, sehr gut passt und eigentlich sogar auch darauf zugeschnitten ist. Nächste Frage, neben dem großen Fachkräftemangel ist der Azubi-Mangel ein zentrales Problem. Ist Performance Recruiting auch für Ausbildungsbetriebe einsetzbar? Wenn ja, auf was muss hier geachtet werden? Also das Ganze funktioniert ganz genauso wie auch für jegliche anderen Arbeitnehmer. Ich persönlich würde Performance Recruiting Kampagnen für alle Arten von Positionen einsetzen. Also wirklich von der Putzkraft bis zum neuen CEO, den wir vielleicht suchen. Und da gehören natürlich Azubis auch dazu. Und da muss man eigentlich auf das achten, was man auch für andere Performance Recruiting Kampagnen beachten muss. Nämlich, dass wir vor allen Dingen den Leuten Lust auf den Job bei uns machen, dadurch, dass wir ihnen zeigen, wie sie sich selbst persönlich weiterentwickeln können bei uns. Wie ihr Leben und sie selbst vielleicht sowohl im fachlichen, beruflichen als auch im persönlichen Bereich das Ganze in einem Jahr für sie aussehen wird oder auch in zwei Jahren. Was sie bei uns persönlich mitnehmen können, was sie lernen werden, mit wem sie zusammenarbeiten werden. Und so weiter und so fort. Klassische Marketing Psychologie, darüber nachzudenken, what is in it for me aus Sicht des Bewerbers und ihnen das ganz klar zu machen. Und ja, viele, viele, viele Unternehmen nutzen Performance Recruiting, um Azubis zu finden. Und gerade für junge Leute, Gen Z etc. ist es natürlich super, eine super, ja auch Nutzungserfahrung, User Experience, über Performance Recruiting angesprochen zu werden, weil natürlich sind sie in den sozialen Netzwerken alle unterwegs und auf dem Handy gefühlt 24-7 unterwegs. Und dementsprechend können wir natürlich solche Leute auch ganz besonders gut mit Performance Recruiting erreichen. Als Gründer, Geschäftsführer, Business Angel oder Mentor. Sie kennen alle Höhen und Tiefen als Führungskraft. Was sind in Ihren Augen und in kurzer Form die Top 3 Tipps, die Sie Führungskräften mitgeben können? Nummer 1. Nehmt euch zurück als Führungskraft. Habt einen dienenden Gedanken euren Mitarbeitern gegenüber. Serve first, wie der Ami sagen würde, auch hier. Die gute Führungskraft steht in der letzten Reihe, während Ihr Team sich auf der Bühne für ihre Erfolge feiern lässt und genießt einfach nur und stellt sich nicht selbst oben auf die Bühne in die erste Reihe, sondern genießt es, wenn Ihr Team sich dort feiern lässt für ihre Erfolge. Dann Nummer 2. Ermögliche deinen Leuten, sich selbst bei dir im Team in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Richtige Richtung bedeutet das, was jede einzelne Person bei dir im Team wirklich erfüllt, was sie gerne macht, was sie gut macht oder wohin sie sich gerne entwickeln möchte, wo sie ihre Skills gerne hin ausbilden möchte. Das versuche zumindest, jeden Tag ein kleines Stück mehr jeder einzelnen Person im Team zu ermöglichen. Dann wirst du sehen, dass die Leute mit großer Motivation an Bord bleiben, dass sie lange an Bord bleiben und dass sie richtig gute Ergebnisse mit dir als Führungskraft erreichen. Dann Nummer 3. Sei eine positive, natürliche Autorität. Sei ein Nordstern. Sei eine Führungskraft. Sei ein Leader. Gib den Leuten eine klare Vision, ein klares Zielbild. Gib ihnen klare Leitplanken vor. Zeige ihnen auch, dass es Konsequenzen gibt, wenn Leitplanken überschritten werden oder wir nicht mehr auf der Bahn bleiben. Aber feiere natürlich auch mit deinen Leuten, wenn Ziele, die auf dem Weg eben liegen, erreicht werden. Gebt euch Ziele. Steh ein für das Erreichen der Ziele. Feiere, wenn Ziele erreicht werden. Und übe ganz klare Kritik, wenn Ziele nicht erreicht werden. Sei konsistent. Hab Konsistenz zwischen Wort und Tat. Sei integer. Integrität als Führungskraft. Steh zu dem, was du sagst und setze es auch um. Lasse deinen Worten Taten folgen. Und genau dann werden deine Mitarbeiter das auch für dich tun. Mit Blick auf ihren Lebenslauf haben sie beachtliche Situationen erreicht. Haben sie in einer oder mehreren Stellen den direkten Kontakt zu dem Thema Ausbildung erfahren können? Wenn ja, inwiefern unterschied sich hier die Führung der Azubis mit der Führung von Fachkräften? Ich habe in keinem meiner Unternehmen bislang Azubis im klassischen Sinne ausgebildet. Ich habe natürlich dennoch viele Leute ausgebildet in einem bestimmten Fachgebiet, die zum Beispiel als Werkstudenten bei uns in die Firma gekommen sind, dann sich zum Beispiel eine bestimmte Programmiersprache angeeignet haben und dann wirklich über die Jahre hinweg zu Seniorprogrammierern und richtig erfahrenen Fachkräften in dem Bereich wurden. Das war dann eben keine offiziell klassische Ausbildung, aber natürlich schon viele, viele, viele junge Talente zu sehr guten Fachkräften weitergebildet, könnte man sagen, oder entwickelt, könnte man sagen. Und da ist eigentlich die Führung, die solche Leute benötigen, basierend auf denselben Eigenschaften wie auch bei allen anderen Menschen. Es geht immer darum, was können wir den Leuten bieten, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen können, ihre persönlichen Ziele, ihre beruflichen Ziele erreichen können. Jeden Tag ein kleines Stück mehr damit, dass sie bei uns eine gewisse Tätigkeit im Unternehmen tun, was dann eine Win-Win-Situation ist für sie selbst, weil sie dann ihre eigenen Ziele erreichen können und gleichzeitig wir auch unsere Unternehmensziele erreichen können. Und wenn da Konsistenz, wenn das gegeben ist, dann ist es egal, ob ich juniorige oder seniorige Menschen führe, das ist eigentlich der magische Sweet Spot, wo Führung dann auf einmal relativ einfach wird. Sie werden bei unserem HR Rocks im November ihren Vortrag Megatrend Performance Recruiting schneller, leichter und günstiger zu Top-Bewerbern halten, ohne im Voraus zu viel verraten, auf was können sich unsere Teilnehmenden bereits jetzt freuen. Ja, ich werde bei dem Vortrag natürlich nochmal tiefer in die Marketing-psychologischen Faktoren und Wirkungen von Performance Recruiting reingehen und ich werde das vor allen Dingen dann auch ganz, ganz, ganz praxisnah einmal an einer Case Study zeigen, wo ich dann auch jeden einzelnen Schritt sowohl aus Arbeitgebersicht als auch aus Bewerbersicht einmal zeige und wir gemeinsam durchgehen und wirklich so Schablonen, Vorlagen, Beispiele von mir geliefert werden, sodass danach dann jeder, der diesen Vortrag sieht, auch danach das Ganze für sich einmal auf die Straße bringen kann, umsetzen kann und dann auch über Performance Recruiting, das sie dann selbst anwenden, ja, schneller, leichter und günstiger passende Leute für sich kennenlernen kann.